Google hat gerade angekündigt, dass sie mit ihrem Dienst Fiber bald Internet mit 20 Gigabit pro Sekunde anbieten wollen. Einfach so nach Hause. Während das natürlich hier in Deutschland noch wahnsinnig weit entfernt ist, wie endlich zum Beispiel überhaupt Glasfaser in meinem Kaff auszubauen, haben sie aber gleichzeitig noch etwas anderes Spannendes angekündigt. Sie werden Wi-Fi 7-fähige Router dazu ausliefern. Wi-Fi 7 oder in offiziell sprech IEEE 802.11 BE ist der neue Standard für, naja, Wi-Fi eben. Bis zu 46 Gigabit pro Sekunde soll das in der Theorie ausliefern können. Und während das offizielle Paper von Wi-Fi 7 eigentlich aus dem Jahr 2020 kommt, ist das erste Smartphone erst im Februar dieses Jahr rausgekommen, dass Wi-Fi 7 kann. Das OnePlus 11. Gefolgt sind Asus Rock, Phone 7, Pixel 8, Android 13, der Linux-Kernel 6.2. Und ich bin etwas verwirrt, denn eigentlich ist das alles viel zu früh. Eigentlich ist Wi-Fi 7 noch überhaupt nicht fertig. Also lasst uns mal ganz kurz da reinschauen, was es kann, was es anders macht und was die IEEE eben damit zu tun hat. Da wir heute aber auch ein wenig in die Netzwerktechnik eintauchen wollen, wollte ich ganz kurz anmerken, dass bei der Bootstrap Academy auch ein Netzwerktechnik-Kurs von mir existiert, den ihr komplett gratis anschauen könnt. Und ich habe mich vor kurzem hingesetzt und massiv viele Quizfragen für den ganzen Kurs erstellt, damit ihr euer Wissen nochmal extra prüfen könnt. Jede Lektion, die ihr schaut, jede Quizfrage, die ihr beantwortet, bringt euch Erfahrungspunkte in eurem Skilltree. Und den könnt ihr mega gerne einfach bei einer Bewerbung beilegen. Also schaut auf jeden Fall vorbei, es lohnt sich. Habt ihr nämlich ein gutes Level, dann könnt ihr auch selbst Quizzes erstellen, wie das schon manche von euch gemacht haben, und Aufgaben bauen. Der Link zur Bootstrap ist in der Beschreibung. Okay, Wi-Fi 7 aka IEEE 802.11BE. Nicht zu verwechseln übrigens mit 802.11BE. Das wäre Wi-Fi 1. Denn Wi-Fi 7 ist ja eigentlich der Nachfolger von Wi-Fi 6 oder eigentlich sogar 6E. Also 802.11AX. Ja, wir wussten alle, dass wir Informatiker irgendwie ein Problem haben, unsere Variablen sinnvoll zu benennen. Aber mal ernsthaft, was ist das schon wieder? Wie auch schon davor, wird Wi-Fi 7 allerdings auf 2,4 GHz, 5 GHz, aber, wie auch in Wi-Fi 6E, direkt von Haus aus auch auf 6 GHz laufen. Und wenn eure Wi-Fi Version nicht die neueste ist, dann ist das in vielen Fällen der Grund schlechthin, warum ihr mobil, also mit dem Handy, einfach nicht die Geschwindigkeit bekommt, die ihr laut Vertrag von eurem Provider bekommen solltet. Wi-Fi 6 erlaubt in der Theorie 574 bis 9608 Megabit pro Sekunde, was eigentlich fast 10 Gigabit wären. Aber in der Praxis kommt man nur selten überhaupt an 1 Gigabit heran. Störquellen wie andere Wi-Fi-Geräte oder auch einfach Wände oder Menschen, Menschen, verschlechtern hier einfach das Signal. Eine Quelle spricht von etwa so ungefähr 920 Mbit pro Sekunde, was eben halt kein Gigabit ist, schon gar keine 20. Bei Wi-Fi 5 hingegen mit einem theoretischen Durchsatz von fast 7 Gigabit pro Sekunde waren das im selben Test nur etwa 640 Megabit pro Sekunde, also nicht mal annähernden Gigabit. Es kommt hier also vor allem auf drei Faktoren an, die dann auch bei Wi-Fi 7 nochmal massiv verbessert werden. Erstens, wie viel Durchsatz bietet eigentlich der Kanal? Sind das 20 MHz, 40 oder gar 80 MHz? Denn je schneller das Signal pro Sekunde zwischen 1 und 0 wechseln kann, umso mehr Einsen und Nullen kann ich natürlich übertragen. Und nichts anderes geben die Hertz an. Zweitens, wie viele Kanäle kann ich eigentlich gleichzeitig nutzen? Also sende ich gleichzeitig über 1 oder 4 oder gar noch mehr Kanäle. Hier wird meist von MIMO gesprochen, also Multiple Input, Multiple Output. Das könnt ihr euch Ligit sowie Antennen vorstellen. Und drittens, natürlich die Signal-to-Noise-Ratio, kurz SNR. Also, wie hoch ist eigentlich mein Störrauschen, Menschenwende, im Vergleich zu meiner Signalstärke? Das wird in Dezibel gemessen. Ist eure SNR bei 10 Dezibel, ist das abgrundtief furchtbar und ihr kriegt gerade so noch ein Signal. Da muss man aber dann auch viele Fehler ausbügeln. Also quasi das Äquivalent zu, ihr habt einen Bunker zwischen euch und dem Router. Liegt euer Handy allerdings direkt neben dem Router, dann seid ihr bei Wi-Fi 6 bei etwa 40 Dezibel und das kann sogar über 1 Gigabit pro Sekunde gesendet werden. Je nachdem eben, wie gut das Signal ist, können wir nämlich Daten mit höheren Modulationen und Coding-Schemes, kurz MCS, senden. Bei MCS 0 werden also extrem viele Fehler korrigiert, weil ihr einen Bunker zwischen euch habt, damit ihr überhaupt eine Verbindung bekommen könnt. Bei MCS 11 hingegen könnt ihr quasi direkt einfach rausballern. So, und hier kommt jetzt also Wi-Fi 7 ins Spiel. Während also Wi-Fi 5 bei den 40 Dezibel, also Router und Handy direkt nebeneinander, auf MCS 9 geschalten hat, war Wi-Fi 6 schon bei MCS 11 bei derselben Signalstärke. Also zwei Versionen besser, sozusagen, bei derselben Signalqualität. MCS besagt hier, wie die Daten in Blöcken kodiert werden. Bei MCS 9 gruppiert man in 8-Bit-Blöcke. Also kann jeder Block 8-Bit, also 256 Zustände übertragen, weil 2 hoch 8 ist 256. Man spricht von 256 QAM. Wi-Fi 6 hat mit der gleichen Signalstärke, wie gesagt, MCS 11 geschafft, also 1024 QAM. Denn dabei werden 10 anstatt der 8-Bit von 256 QAM übertragen, womit wir 1024 Zustände erschaffen können, weil wir 2-Bit mehr übertragen können. Und das im selben Block. Das alleine verspricht dann also schon grob 20% mehr Durchsatz. Bei Wi-Fi 7 kam hier sogar noch mehr dazu. 4K QAM also, es werden 12-Bit pro Block statt den 10-Bit von Wi-Fi 6 bei optimaler Signalstärke übertragen. Also nochmal quasi 20% mehr Leistung bei derselben Signalqualität. Und das ist geil. Das gilt zwar erstmal nur für Verbindungen, wo ihr direkt neben dem Router sitzt und dann könnte man ja eigentlich auch direkten Kabel benutzen, aber das Ganze heißt auch, dass sich die Kurve weiter staucht. Sprich, wo ich früher MCS 9 genutzt habe, kann ich jetzt MCS 13 nutzen. Wo ich aber früher zum Beispiel MCS 4 nutzen musste, kann ich jetzt vielleicht sogar MCS 8 nutzen. Und das heißt eigentlich, je näher ihr dran seid, natürlich umso besser, aber es ist vermutlich immer oder zumindest fast immer besser als alle bisherigen Wi-Fi-Versionen. Und auch bei der Kanalbandbreite tut sich was. Zur Erinnerung, Hertz hat die Einheit 1 pro Sekunde. Also wie oft kann sich mein Signal pro Sekunde verändern? Kann ich 1,0,1,0 in einer Sekunde abbilden, habe ich 4 Hertz. Kann ich 1,1,1,1,0,0,0 in einer Sekunde abbilden, dann habe ich 8 Hertz. Weil 8 Bit. Das ist also die Kanalbandbreite. Die Frequenzbänder, also 2,4 und 5 Gigahertz Wi-Fi, geben vor, wie hoch diese Bandbreite überhaupt sein kann. 2,4 Gigahertz ist älter und bietet in Europa meist 13 Kanäle. In den USA sind es 11. Aber die Kanäle sind eben nur 20 Megahertz breit. 5 Gigahertz hingegen bietet nicht nur breitere Kanäle mit eben 40 Hertz, 80 Hertz und teilweise sogar 160 Hertz, sondern es gibt auch insgesamt mehr Kanäle, über die gleichzeitig gesendet werden kann. Und mehr Kanäle heißt, wir müssen uns die Kanäle nicht mehr mit unseren Nachbarn teilen, die auch im selben Moment senden wollen. Allerdings an der Stelle, 160 Megahertz wird von fast keinem Anbieter auf 5 Gigahertz derzeit unterstützt. Und seit kurzem ist übrigens noch mehr dabei, nämlich das berühmte 6 Gigahertz Band von Wi-Fi. Das gibt es offiziell sogar erst seit dem Wi-Fi 6E Standard. Und dieser Standard ist nach dem 6er Standard entstanden und ist von vielen Herstellern einfach nie akzeptiert worden. Die meisten skippen sogar Wi-Fi 6E und springen direkt auf Wi-Fi 7. 6 Gigahertz heißt hier übrigens, dass auf Frequenzen von 5945 bis 6425 Megahertz gesendet werden darf. Und da die so neu sind und niemand sie bisher benutzt, sind die Frequenzen einfach kaum belegt bislang. Und das ist super. Doch tatsächlich gibt es hier noch ein paar Einschränkungen von der Bundesnetzagentur in Deutschland. Es darf nicht im Außenbetrieb verwendet werden, auch nicht in Straßenfahrzeugen, zumindest aktuell. Ein weiterer Nachteil ist auch, je höher die Frequenz ist, desto weniger weit kommt eigentlich das Signal. Sprich, nutzt ihr 6 Gigahertz zu Hause, dann kann es sein, dass ihr ein paar zusätzliche Repeater braucht, weil ihr zu viele Wände habt und 6 Gigahertz da nicht durchkommt. Dennoch, bei Wi-Fi 7 sind hier Bandbreiten von bis zu 320 Megahertz möglich. Das ist natürlich nochmal ein fetter Unterschied zu den 80 Megahertz, die wir bei Wi-Fi 5 und 6 bislang benutzt haben. So einen Sprung gab es zuletzt von 2,4 Gigahertz auf 5 Gigahertz und der war gigantisch. Und übrigens, ein Kernfeature von Wi-Fi 7 ist MLO, die Multi-Link Operation, bei der nicht nur mehrere Kanäle von 6 Gigahertz gleichzeitig genutzt werden können, sondern auch noch die Frequenzbänder gemischt werden können. Sprich, ich kann gleichzeitig 2,4 Gigahertz senden, 5 Gigahertz senden und dann sogar noch ein paar Kanäle bei 6 Gigahertz benutzen. Zwischen denselben Geräten, zur selben Zeit. Dadurch soll die Latenz, also die Zeit, die ein Signal von eurem Smartphone bis zum Router braucht, um einen Faktor von bis zu 100 gesenkt werden können. Also nie wieder Hyping beim Zocken. Zumindest nicht bei einer LAN-Party. Macht die noch jemand? In der Praxis heißt das aber für Wi-Fi 7, nutzt ihr 80 Megahertz, ist die maximale Übertragungsrate bei 11,5 Gigabit pro Sekunde. Bei 160 Megahertz sind das sogar schon 23 Gigabit pro Sekunde und die versprochenen 46,1 Gigabit pro Sekunde, die könnt ihr nur erreichen, wenn ihr 320 Megahertz benutzt. Apropos Kanäle gleichzeitig nutzen. Auch hier dreht Wi-Fi 7 am Speedrad. Wi-Fi 6 unterstützte 8x8 MU-Mimos. Das heißt, ein Router mit 8 Antennen kann gleichzeitig mit 8 verschiedenen Geräten sprechen. Oder alternativ kann natürlich ein Router mit 8 Antennen auch mit einem anderen Gerät mit 8 Antennen 8 mal gleichzeitig reden. Also 8 mal der Durchsatz. Das ist ganz geil. Das MU steht übrigens für Multi-User. So, Wi-Fi 7 als Standard kann jetzt sogar 16 Antennen und damit mit 16 Teilnehmern gleichzeitig reden. Also quasi 16x16. Aber selbst die Top-Wi-Fi 6E Router, die dann eben halt auch Top-Kosten haben, haben meist nur 4x4 als Support. Also Hardware-Support. Sie haben nur 4 Antennen. Und damit können sie nur mit 4 Geräten gleichzeitig reden. Auch wenn der Standard von Wi-Fi 6 eigentlich mehr kann. Und die wenigsten Smartphones haben überhaupt mehr als 2 Antennen. Sprich, die können auch nicht mehr als 2x2, wenn überhaupt. Wenn ihr am Ende also wirklich einen 16x16 Router haben wollt oder Smartphone haben wollt, dann wird das nicht nur schwer zu finden sein, sondern wenn ihr was findet, auch unsäglich teuer. So, ihr könnt trotzdem jetzt schon Wi-Fi 7-fähige Geräte kaufen. Router, Smartphones und noch ein paar andere Sachen. Und mit besserem MCS, mit höheren Bandbreiten und mit mehr Kanälen wird das Ganze natürlich auf jeden Fall schneller sein als Wi-Fi 6. Aber ihr solltet die Nachteile von den Frequenzbändern kennen und auch wissen, dass die theoretische Geschwindigkeit nie auch nur im Ansatz erreicht werden kann. Das sind dann, wenn sie erreicht wird, unglaublich krasse Produkte, die direkt nebeneinander stehen, in einer Laborumgebung, sprich perfekt abgeschirmt. Und dann überhaupt nur vielleicht das Ganze erreichen. Aber ja, es wird besser sein als bislang. Was ich allerdings hierbei viel, viel spannender noch finde, ist, dass ihr diese Produkte jetzt schon kaufen könnt, bevor der eigentliche Standard da ist und fertig ist. Das Institute of Electrical and Electronics Engineers oder einfach kurz IEEE plant, den Standard nächstes Jahr, also 2024, im Dezember fertigzustellen. Den Standard. Und trotzdem könnt ihr einfach jetzt schon Geräte kaufen. Ja, man weiß ungefähr, was alles passieren wird. Und basierend darauf wurden einfach mal schon ein paar Produkte entwickelt. Die vorhandenen Infos geben einen relativ guten Einblick. Aber der finale Standard kann sich noch ändern. Viele Dinge sind noch nicht fest. Manche Features sind noch in Bearbeitung. Und für November 2023 stehen wir eigentlich erst am Initial SA Ballot. Also noch gar nichts Finales. Der Druck scheint allerdings derart groß zu sein, dass das selbst Größen wie Google überhaupt nicht interessiert. Dass Pixel 8 und die Ankündigung mit ihrem Google Fiber nun WiFi 7 Router zu verbreiten, scheint die Antwort auf Druck zu sein, immer der erste auf dem Markt zu sein. Immer die neuesten Dinge einzubauen, die neuesten Chips zu haben. Schneller zu sein, als der Rest es vielleicht irgendwann ist. Und ja, vieles davon kann man noch irgendwann in Zukunft vielleicht mit Firmware Updates anpassen und mit Patches in die richtige Richtung biegen. Aber eigentlich ist das Ganze ein kleines Glücksspiel. Man kann zwar schon jetzt mit dem Standard werben, ihr habt ihn dann und ihr könnt euch freuen, einer der Ersten zu sein. Aber in Wahrheit könnte es sein, dass ihr nie das eigentlich fertige WiFi 7 bekommt. Die Chance ist gering, aber am Ende sind die Käufer, die das Nachsehen haben. Und da denke ich mir, 2025, wenn das alles durch ist, wenn der Standard wirklich da ist, dann hätte das erste Modell auch noch gereicht. Early Access muss hier einfach nicht sein.